Komm ich bis da rüber? Jupp. Die sind halt super late. Auf der Lane. Der ist jetzt hier fehlt immer noch. Okay. Okay. Das läuft irgendwie eigentlich ganz okay, glaube ich. Oh, what der Farm. Holy shit. Ich wollte den Tauern nicht tanken. Ah, Tristana, du hast zwar unglaublich viel mehr Farm als sie, aber maybe, just maybe. Sollst du ihr nicht viel Freakles geben. Spiel es einfach safe runter. Wir können sich einfach aus dem Game komplett rausnehmen, damit wir das nicht aggressiv spielen. Das wäre so entspannt. Die Saga ist gefährlich. Okay. Sie will da halt voll reingehen. Ja, oder Teg, dass wir mal hinkriegen. Weil die kommt nicht zum Produkt. Inzwischen kommt sie zum Farm. Wohin kam sie nicht zum Farm. Die Kaiser. Ah, shit. Oh, das ist uncool. Da kann ich nicht mehr tun, dass der da von der Mitte kommt. Und machte unsere Mitte da. Ein bisschen über die Top-Lane. Und pingt da natürlich nicht, wenn er nach der Top-Lane rumgammelt. Das ist natürlich doof. Dass sie halt 40 CS hinterher war, hätte man einfach ausspielen müssen. Sie hätte uns niemals duellieren können. Und hätte einfach easy peasy spielen können. Ja, kein mein Damage. Oh, macht sie hier. Ja. Shaco macht nix, wo er daneben steht. Und Tristana springt rein in die Leute. Holy shit. Tut mir leid, Shaco. Das ist halt kacke. Und dass die beiden da oben halt sich in Wolf chillen, wenn unten vier Leute die ganze Zeit sind. Wir sollten sowas machen, wenn wir hier pushen können. Oder da hingehen alle zusammen. Oh. Ups. Sie kriegt den Kill noch. Und jetzt habe ich vor allem Red Buff hier. Das ist eigentlich Quatsch. Oh, so ein Pink Ward. Ein Gegner wurde getötet. Oh, wir haben Rexe sogar noch getötet gekriegt. Wie wär's? Wenn ihr mit rankommt. Das sind halt vier Leute von uns. Und keiner geht mit ran. Ach, Mann, ey. Xerat braucht zu lange. Der hatte, glaube ich, gar nicht gerafft, dass wir jetzt mit dem Drachen kämpfen müssen. Ja, wow. Xerat spielt ja nicht mit. Xerat spielt... Mann, Xerat, ey. Das haben wir gerade übelst weggeworfen. Also ich habe mich da dumm catchen lassen. Dachte, ich bin da rausgemooft noch, aber war ich nicht. Und Xerat spielt halt nicht mit. Der ist auf die Mitte gelaufen, anstatt direkt zum Dragon zu kommen. Ich brauche Hilfe beim Boden. Ich kann das nicht mehr alleine machen. Das explodiert aber noch. Boom. Firnbord gestorben, die Kaiser. Ich muss auch für sich jetzt nicht mehr reinfielen. Wenn ich jetzt noch mehr reinfiele, wird es noch schwerer, das ganze Game. Ein Baron, wenn Kaiser tot ist. Die Kaiser hat keinen Impact. Der muss tot sein. So lange der lebt, könnte kein Baron machen. Ich weiß nicht, was ihr dort vorhabt. Oh, wir haben einen Baron gekriegt in der Zeit. Okay. Knallt, okay. Jungs okay ihr macht das da einfach mal weil ihr könnt oder weil ihr sagt ihr könnt Ich habe doch nichts mehr Oh Ass, perfekt, meine Kills, ich habe einfach die Teamkills, das sind alles meine Ja, läuft, ne So, jetzt steht ich 6-4, vorher steht ich gerade noch die 2-4 Ne, die leben alle noch nicht Wir hätten das dann locker Das finischen können, holy shit man So, Morello ist fertig Ach, die sind Tristaner Ja, ne Bisschen weird, lol, habe ich einmal 5 Pflanzen gespawnt, what the freaking hell Ja, die macht weiter, okay, mit 200 HP, mache ich auch mal den nächsten Turm Hat sie eigentlich live Leech? Nope, doch, bisschen, doch hat sie Wir brauchen, die wissen alle Bescheid, wir können es nicht Stop it Geil, jetzt haben wir halt für den ganzen Scheiß nur Xerath geopfert, geil Mach das lieber wieder kaputt Das du fucking Bär, nein Xerath hat auch, bad call Okay, und jetzt ist, wo, jetzt wo sie mit unten sind, dann können maximal 3 da sein Jetzt ist es eine andere Option Jetzt ist es was anderes, aber ihr seid halt wieder Solo Jetzt ist ein Baron in der Option, theoretisch Und sie ist tot Weißt du Tristana? Ja Von Weiger gekillt, einfach direkt nach dem Baron Tristana, learn to win games safely in low elo Take Elda and end Wir haben gerade einen Baron gemacht und konnten damit nicht enden Ich hab noch einen Pottel Baron Ja, ich Aber nicht mehr so viele Leute tatsächlich Denn nur du und Shaco Aber der Xerath hat sich echt zur Aufgabe gemacht, jede Q von Trash zu fangen Aber nicht nur das Haben sich einige merkwürdige Sachen zur Aufgabe gemacht, muss ich mal so sagen Oh nein Nein Ehh, euer Shaco hat grad keinen Boah Der hat gesmited Jaja Ist da so aus, als hätte der schon am Anfang irgendwo gesmited Oh geil, sie kann sein, dass sie das sogar gemacht hat Oh, sie enden jetzt einfach Okay, das ist auch ne Option Aber ich glaub Tristana wird bisschen viel gestunt von den Leuten, um das zu enden alleine Alter Warum muss man das auf Also wirklich, das ist halt mit dem Brecheisen, holy moly Not even funny mit Brecheisen Not even funny mit Brecheisen Okay, die töten ich gegenseitig Ich bin der einzige mit dem fucking äh äh Elder Drake Oh, die sind alle miss Nope Not gonna want this Wollt ihr halt grad immer wieder auf die Botlane, weil die... Oh, okay Jetzt machen die Telepod Shit da Oh, okay Jacks hat X-Packet Also es tut mir leid, die Tristana war Ziemlich der anstrengendste Spieler, den ich kenne Eieieiei, und Xerath hat sich jedes Mal catchen lassen So, jetzt ist mein Sohn gerade eben aus der Wanne jetzt sagt Papa, du sollst mich bitte umziehen Also wenn du zwei, drei Minütchen hast? Ja, ich denk schon Okay, bin gleich da Kann ich hier noch was aufmachen Oh, das war sogar ein Els Nice S-Zyra Und ein Free Sieg